Noch ist es kalt draußen im Winter, doch nach all den wundervollen Weihnachtsbüchern warten alle Fans so sehr auf mein Frühlingsbuch. Und im Februar, dann, wenn die Schneeglöckchen aus der Erde sprießen, ist es endlich soweit. Dann erscheint mein neues Buch, Frühlingserwachen, Blütenzauber und Rezepte aus dem hellen Ertaus. Es beginnt mit dem Frühlingserwachen, dann, wenn der erste Schnittlauch im Garten auf der Steueraufswiese wächst, wenn die Bienen wieder summen und dann kreieren wir die allerschönsten Rezepte. Zu Ostern gehen wir in den Bärlauchwald, wir feiern einen Tanz in den Mai, zelebrieren einen Rosencafé, ein kleines Rhabarbercafé mit den Kindern und feiern Mittsommer im Juni. Und ich freue mich so sehr auf diese Zeit.